Äh, vielleicht gleich ein, ähm, Silber-Adler bei dir in deinem Team ist. Nett. Boah, ey. Wieder so ein All-Casher. Nee, äh, weil ich den als Freund habe. Also, Upturn. Kennst du den noch von vorhin? Ja, ja, den hat's, ähm, hat mal gesehen gehabt. Ja. Na, Deathmatch aufs Zugfabrik würde nice sein. Hm. Meine Lieblings-Isehold-Map. Äh, für Icehold spiele ich immer ganz gerne, ähm, Fan-Labor. Okay, Fan-Labor. Mhm. Ah, okay. Da hab ich dich wohl dran gekriegt, ne? Angeschmiert, angeschmiert, ha, 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 ha. Nein. Ja. So. Ich, für die Waffen, die ich brauche, äh, brauche ich... Ja, da brauche ich voll wenig ERP. Äh, ja, WP, meine ich. Hm. Ich fall gut. Hinter, ähm... Ja, okay, Spoiler nicht. Wenn man tot ist, darf man nicht spoilern. Na, du weißt ja eigentlich, wo meine Leiche liegt, von daher... Ja. Ja. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Oh. Na ja. Er hat Angst. Angst. Warte, bist du nicht der Kescher? Nein. Nein. Oh, gut. Ich hasse Kescher, ey. Das ist der Normale. Ich hab mir noch... Ich hab noch nie was gekauft. Das ist einfach... Sneak Attack. Oh, fuck, Mann. Ich bin zu spät gekommen. Hell, nein. Scheiße, du hast nur noch neun Leben gehabt. Boah, warst du? So ein Fuck. Was? Nur noch neun Leben, ey. Wo warst du? Teamwork, boys. Hä? Wo warst du, Randgruppe? Oh nein, oh Gott. Ich hab... Warte, hier ist ne Lara Croft von einer in Schwarz. Nein, bitte nicht diesen Till Amo. Bitte nicht. Oh nein. Okay, schau. Oh ja. Beide. Oh nein. Nein, Barney, wir sind am Arsch. Oh ja, seid ihr. Da macht's jetzt gar nicht, dass ich gestorben bin. Ihr seid so dran. Warte, wir müssen zusammenbleiben, Mann. Ich kill. Ich kill eine. Bam. Ich nehm ihre Waffe. Oh. Ich bin richtig gut mit der, ne? Ah. Ey, komm zurück, da ist noch einer. Bei mir, ja. Oh, das wird... Ah, Mann. Aber ihr habt jetzt auch wen? We win. Wen habt ihr... Ja. Ich kann's grad nicht sehen. Wen habt ihr... Wow. Ein Silberne... Schuhe, Alter. Ich komm gar nicht mit. Der kommt mit den Schuhen. Hä? Naja, lass den die Schuhe haben. Ist doch shit egal. Ja, aber der ist übelst schnell. Ist doch wurscht. Schnelligkeit macht gar nichts aus. Beide bleiben, sonst sterbe ich. Ja, ich geh in die ganze Zeit her. Ach, das ist... Das ist bisschen sterben da. Äh, ein bisschen sterben, ja. Im Real Life ein bisschen sterben. Okay. Einer von uns ist down. Ja, das ist die Kescherin. Ne, das sind beide Kescher. Ha, scheiße, ich bin down. Äh, ja genau. Da rechts, rechts. Das ist ja komplett Assassin's Creed Ausrüstung. Ja. Ich liebe Assassin's Creed. Assassin's Creed. Und dann noch ne Gasmaske drüber. Oha. Hier, aber jetzt haben wir... Äh, Barney. Dominate every enemy in this second. Was? Waffentausch. Kennst du die nicht? Ja, guck mal, hier. Wow. Kann man für Wolf-Münzen kaufen. Ich weiß. Ich spare die. Wie viel? Ich glaub, 240. Aber die... Der Hofarbeiter hat nur noch 70 Leben. Der ist gleich am Arsch. Hey, da war doch einer. Oh Gott. Ey, man müsste mal Zerstörung spielen. Yay, Hofarbeiter ist am Arsch. Das heißt, ihr seid jetzt auch dran. Wette, ey. Oh, oh. Oh, Mist. Nein, 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 nein. Danke. Äh. Shit. Das ist nicht gut. Die sollen mal auch wieder resetten. Verdammt. Eure... Unsere Base. Nein, nein, nein. Hier, hier, hier. Bei mir. Die wiederbelebt. Oh, nein. Yeah. Die beiden Cacher sind wieder drin. Und die holen mich auch gleich nach oben. Nein, das zieht mich nicht. Ich dachte auch... Ja, deswegen wollte ich dich respawnen. Oh, nein. Oh. Ich würde mal sagen, du wurdest erwischt, oder? Ja, Lenkerin Eis hier erst mal. Der will wirklich snipen. Gewonnen. Mission complete. We win. Ich habe zwar nichts gemacht, aber ist egal. Ich habe auch keinen gekillt. Nicht? Oh. Oh, stimmt. Ich habe schon drei, aber dafür bin ich fünfmal gestorben. Ich habe jetzt mal eine AP-Waffe, ja? Ja. Ich komme mit denen hier nicht klar. Shit auf die AP-Waffen. Wieso gehen die eigentlich alle da hoch? Das ist nicht die Abu Dhabi, ne? Ja, ich weiß. Im Ernst, wieso gehen die hier hoch? Das ist doch langweilig. Oh, Mann. Sie haben vor kurzem Vorbeizessen. Ist ihr Problem damit los? Oh, scheiße. Behindert der Hofarbeiter wirft da seine blöden Granaten hin. Nicht resetten, nicht resetten. Uh, jetzt wird es Cache-Duel. Oh, zwei Cacher gegen einen. Haha. Oh, nein, Mann. Nein, du bist alleine. Nein. Für einen Arsch. Und ich bewache jetzt den Cacher. Am besten wäre es Hofarbeiter. Hahaha. Mission complete. Du bist aber ziemlich offen da in die Tür reingekommen, gell? Warum nicht? Oder wer war das? Wen habe ich zum Schluss erschossen? Mich nicht. Irgendwer kam da gerade in das Haus rein. Ja, ich? Ja. Dominate every enemy in this sector. War ziemlich offen. Ja, Junge. Bei mir ist so ein Motto, weißt du. Ich gehe einfach immer rein. Kennst du Battlefield? Kennst du Battlefield? Ja, habe ich schon mal. Angezockt. Ich glaube schon, ja. Da klappt es ganz gut. Ja, bei Skill bin ich da auch anders drauf. Aber hier musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Skill? Du zockst es? Ja. Ich habe es mal gezockt. Ey. Shit. Wo seid ihr? Nein. Nein. So. Ein Müll. Nein. Gib die mir extra noch eine AP-Waffe. Mission complete. Damit ich dann noch... Dann haust du mich von hinten weg. Das nervt. Wo kamst du da eigentlich her? Ich habe dich gar nicht gesehen gehabt. Ja, ich war hinter dir. Ja, aber wo kamst du denn da in dem Moment her? Hm, boah, das war... Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin auf so einen Zug geklettert und dann bin ich dir hinterher gelaufen. Auf einen Zug? Ja, auf so einen kleinen, da gibt es eine Leiter. Ach so, okay. Der Cash ist da. Ja, ich sehe den. Ich bleibe lieber mal da. Keiner rennt in meine bescheuerte Falle. Hologramm-Grenade. Boah, darauf falle ich immer ein. Ich erinnere mich zu gut. Junge, Junge. Au. Kämpfer. Im Ernst? Ich habe nicht mal einen Gegner gesehen, verdammt. Ich auch. Also, ich habe eigentlich...